Wie konnte das passieren? Was? Da ich mit meiner Mutter gesprochen hab? Fräulein, wir haben uns Sorgen gemacht, du hättest wenigstens mal anrufen können. Mein Gott, ich bin doch kein Kind mehr. Bin zwei Stunden zu spät gekommen. Was würde ich denn machen, wenn ich wirklich mal was angestellt hab? Würde ich mich dann einsperren? Jetzt pass mal auf, Fräulein, nicht in diesem Ton, ja? Mit sowas spaßt man nicht. Hätte ja auch sonst irgendwas passieren können. Du weißt ganz genau, was aus der Tochter von der fetten Lotterstein geworden ist. Nix! Kein Job nach dem Knast. Verstehst du? Ich bin dann noch nicht mal mit der Ausbildung fertig. Dagi, weißt du was? Ich hab keine Ahnung mehr, was du eigentlich willst. Vielleicht, dass du mal kapierst, dass ich nicht mehr deine kleine Zuckerschote bin. Vielleicht werde ich auch mal abends mit Männern ausgehen. Was? Was für Männer? Brennst du oder was? Solange du deine Haxen hier unter meinen Tisch stellst, wird gemacht, was ich ansage. Ist das klar? Ich hab doch noch nie einen Freund mit nach Hause gebracht. Du hast die doch immer alle platt gemacht. Alle. Also, was kommt's noch? Außerdem glaube ich, schaffe ich das alles gar nicht. Na klar schaffst du das. Du redest wie mein Vater. Wer glaubt auch, alles fällt mir einfach in den Schoß. Ich schlafe schon gar nicht mehr. So schlimm? Quatsche einfach mal mit ihm. Ist er da? Hinten. 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 Untertitelung des ZDF, 2020